Wir zeigen Ihnen, wie Sie aus einem kleinen Balkon eine gemütliche Wohlfühloase machen können. Mit kompakten Möbeln sparen Sie richtig viel Platz. Eine Decke sorgt dafür, dass man auch an kälteren Abenden lange draußen sitzen kann. Die passende Beleuchtung, zum Beispiel bunte Lichterketten, sorgen für das richtige Sommerfeeling. Mit ein bisschen Unterstützung macht auch der Aufbau viel mehr Spaß. Möbel Mala